Welche Kämpfer haben so viel Erfahrung wie ich? Nun, ich mache Kampfsport seit 92, bin sehr aktiver Wettkämpfer, seit den Spätsägern, 90ern, frühen 2000er. Und ich habe gekämpft, weißt du, im Boxen, im Kickboxen, Amateur- und Profi-MMA, im Ringen, im Sambo, im Brazilian Jiu-Jitsu, Luta-Livre, Messerkampf, Schwertkampf, Stockkampf, hey, alles Mögliche, so viele verschiedene Disziplinen. Ich habe so viele auch Titel ringen können und ich habe über 2000 offizielle Kämpfe in offiziellen Wettkämpfen. Teilweise über 10 Kämpfe an einem einzigen Tag gemacht. Da bin ich gestartet, Gewichtsklasse mit G, Gewichtsklasse ohne G, offene Gewichtsklasse mit und ohne G. Manchmal ist auch ein Zusatzwettkampf gegeben, bin ich am gleichen Tag in noch einer Kategorie mehr angetreten. Manchmal am gleichen Wochenende noch ein Abendwettkampf und dann am Sonntag nochmals Wettkampf. Hey, ich weiss nicht, hey. Ich war Grappling-Weltmeister geworden, MMA-Europameister, mehrere internationale Titel in verschiedenen Kampfsportarten. Ich bin ausgebildeter, dritter Grad Black Belt im Brasilien Jiu-Jitsu, Kraft-Maga-Trainer, Muay Thai-Trainer, NLP- und Hypnose-Experte. Ich weiss ehrlich nicht, ob es irgendeinen anderen Menschen auf der Welt gibt, der so viel Kampferfahrung hat wie ich oder noch mehr. Es gibt möglicherweise Leute, die ähnlich viele Kämpfe haben wie ich. Es gibt vermutlich ein paar auf der Welt, die auch 2000 Kämpfe haben oder sogar noch mehr. Aber wer hat so viele Kämpfe in so vielen verschiedenen Kampfkünsten? Weisst du, wer hat schon in all diesen verschiedenen Disziplinen gekämpft? Wer hat international gekämpft in so vielen verschiedenen Disziplinen, wie ich das gemacht habe? Auch internationale Titel- und Turniersiege erringen können in verschiedenen Disziplinen? Ich weiss es nicht. Wenn es so einen Menschen gibt, schreibt mir in die Kommentare, ob es jemanden gibt, der mehr Erfahrung hat als ich, der mehr Kampfkunsterfahrung hat als ich, mehr Kampferfahrung hat als ich, dann will ich diesen Menschen unbedingt kennenlernen und von diesem Menschen lernen, mich mit ihm austauschen. Aber ich weiss es nicht. Ich habe noch nie so jemanden getroffen. Schreibt mir in die Kommentare, ob es jemanden gibt, der mehr Kampferfahrung hat als ich. Ich habe noch nie so jemanden getroffen. 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 Vielen Dank.